Herzlich Willkommen zu einem Pistol-Match, und zwar Deathmatch, diesmal nicht Team Deathmatch. So, ich hatte mal gedacht, das ist mal was anderes. Letzten beiden Mal ja immer Team Deathmatch. Oh, da ist er. Ah, verdammt, komm her. Mist, jetzt hat der... Warum hat der denn den nicht zum Schraubenschlüssel gewechselt? Das verstehe ich nicht. So, wo ist er? Komm, wo ist er? Komm, der wird ja wohl hier irgendwo sein. Oh, das ist eine Kack-Match, du. Da oben ist er, glaube ich. Wir finden uns hier gerade super. Ach, das ist eine Burg. Aha. Hm, erinnert mich gerade an dieses iPod-Minecraft-Spiel. Oder soll das die Burg aus Super Mario 64 sein? Ja, da. Das ist Super Mario 64. Hier ist der Graben. Da ist Prinzessin Peach. Geht's hier rein, hier in die erste Tür. Ja, das haben sie gut nachgebaut. Oh, oh. Ich höre ihn. Aber das ist gut. Das gefällt mir. Haben sie gut nachgebaut. Oh Gott. Tja. Boah! 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 Witty fuck. Wollte man gerade hier probieren, ob man in die Bilder reinspringen kann. Ging aber dann doch nicht so. Oh, schau mal. Kann man hier hoch? Mhm. Wo ist Yoshi? Weil er wird hier freigespielt. Oh, verdammt. Das war dumm. Ah, es sind mehrere drauf jetzt. Ja, cool. Tja, geil. Snipe ich von hier oben mit der Pistole weg. Oh, nein. Verdammt. Keine Muni mehr. So. Muss ich zum Schraubenschlüssel wechseln. Und hoffen, dass mir jemand überquere... Läuft! Der mich im Nahkampf besiegen kann. Scheiße. 2-2. Gut. Ähm. Malz, hab ich den nicht getroffen, ey. Das ist eine Scheiße. Ey, ich hab den nicht getroffen. So ein Scheiß. Oh, Mist. Schon wieder eine negative Cutie. Und wo ist das jetzt? Ach, das ist... Das... Hier geht's in den Keller. Boah, ist das verdammt gut. Das ist richtig gut nachgebaut. Ich glaub, die Map werd ich mir mal downloaden. Weil, boah, hier hinten bin ich jetzt im Schlossgarten. Wie cool. Also, dann sollte ja hier eine Tür sein. Ja, stimmt. Wie geil. Boah, ich bin grad hin und weg von der Map. Von wo? Von da unten? Ah, nein, komm. Boah, es ist... Sechs Schutze sind eindeutig echt manchmal zu wenig. Okay, jetzt bin ich hier runter. Und dann geh ich jetzt mal den anderen Weg. Hallo? Wart ihr doch gerade. Der hat keine Moonie mehr. Wow! Hat er doch. Hat er doch. Mann. Ich will nicht noch. Ja! Hat einer schon fünf Kills. Oh mein Gott. Na, verdammt. Komm, wechsel. Ah! Oh. Beauty fuck. Das kann ich gut in den Kill abspenst. Dich machen. Komm! Ja! Hab ich den noch? Ja, wie geil. Ich hab ihn noch gekriegt. Es ist richtig gut jetzt gewesen. So. Ähm. Wo bin ich? Ach, ich bin hier in dem Graben vom Prinz. Wo geht's hier nochmal lang? Weil, weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Kurz am Ohr jucken. Oh, geil. Ähm. Hier den Wasserfall mal hoch. Ach, komm ich gar nicht. Wie scheiße. Ach, hier. Ja, genau. Da konnte man Wasser ablassen. Ja, hab ich ja auch mal gemacht. Super Mario 64. Daher kenn ich das. Meine Fresse, ey. Na, der Wichser. Macht dir allen Ernstes Harakiri. Komm um die Ecke. Verdammt. Ah, naja. Ist jetzt nicht so wild. Da oben ist er. Ist einer. Oh, verdammt. Komm her. Uhu. Uhu. Komm her. Boah, nein. Boah, jetzt hab ich den nicht getroffen. Ja, dann machen die alle Harakiri. Was ist denn das denn für Wichser, ey? Haha. Erstmal nachladen hier. Ich glaube, hier unten läuft einer. Kann das sein. Ja, kann sein. Boah. Weht die Fak. Der verdammte Wichser hier. Ah. Fünf Kills und acht Tode. Dann ist einer rausgegangen. Dem wurde das zu blöd. Ja, ich finde, das ist jetzt mal was ganz anderes. Oh, da hinten ist einer. Der hatte wohl nicht mehr so viel Leben. Das war gut. Bäm, tot. So, wo ist einer von diesen Harakiri betreibenden Vollidioten? Nichts gegen euch, Jungs, aber Harakiri, das... Also kulturellen Selbstmord, finde ich jetzt nicht so, den Burner. Okay, dann geht mal hier. Ich möchte mal in die oberen Stockwerke. Kann man hier auch rein? Also in die oberen Stockwerke. Kann man anscheinend nicht. Vielleicht sollte man nachladen. Damit ich wenigstens volle Schusszahl habe. Also im Magazin. Da ist einer. Oh nein. Komm, lass nach. Nein, ja. Geil. Oh. Ich werde auf jeden Fall zweiter, denke ich. So, da kommt vor Seite. Hallo. Na, traut euch nicht. Ich gehe mal ins untere Stockwerk. So, hier haben wir mal... Hier musste man mal den Hasen fangen. Boah, da ist einer. Da. Verdammt. Keine Muni mehr. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, da ist er. Ah! Geil. Das ist mein Oma Harakiri. Kiri, 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 Kiri. So, äh... Oh, ma. Das ist sterilisierend, wenn man Schritte hört. Ich stürze mich ganz von ganz oben runter. Aber Princess Peach packt mir keine Kekse. Meine Fresse. So, geht doch. Nein. Nein, ich will nicht. Halt. Oh. Ha, ha, ha. Hat den Kill keiner bekommen. Voll mies, die Taktik, ey. Ich zögere das nur unnötig in die Länge. Aber naja, egal. Komm, stirb. Geh drauf. Boah. Boah. Verdammt. Verdammt. Schon wieder keine Muni mehr gehabt. Hätte Harakiri begehen sollen, ganz ehrlich. So. Boah. Huh. Huch. Wo muss ich hier? Muss ich lang, oder? Oh. Boah. Ja. In die Eier. Oh. Nee, aber in einer Minute schaffe ich das nicht mehr. Die vier Kills nur aufzuholen. Aber hey, das ist richtig cool, die Map. Die werde ich mir erst mal downloaden, dass, wenn ich mal mit euch spielen sollte, die dann zur Verfügung habe. Weil die finde ich echt brillant. Die ist doch geil. Na, guck mal, wer da um die Ecke steht. Niemand. Ich dachte jetzt, da steht einer. Ich hab mir schon so einige Maps downgelo- Oh. Boah. Komm her. Nein! Ja, lach ruhig, du. Vollhorst. So. Zehn. Neun. Acht. Ja, und so weiter. Hier kann ich nochmal raus gucken. Nee, gar nicht. Naja, egal. Ich, äh, das war eine schöne Map. Ganz ehrlich. Game over. Ja, ich bin nur Zweiter geworden. So. Download. Ähm. Speichern. Ja. So, äh, dann sag ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020